bau das hat einfach 50.000 dm ey warte mal so ein bisschen was abziehen oh man kann gar nichts machen ja der stirbt gleich da ist doch nichts drauf da ist ein trauenstab ok 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 Du schwächlicher Bastard, ey Ich fick dich Mein Gott, stirbt er Und tschüss Ich gebe euch den Tipp Macht erst Chaos Krimsen Für diesen hessischen Magier Was Warte Ja, schon meine Gegenstände wieder Warte Fug Also ich habe gerade bisschen auf die Fresse bekommen, aber Ja Ja Also mir war schon klar, dass sie jetzt ein bisschen stärker werden, aber dass sie mich One-Shotten... Okay, also es bleibt eigentlich nur noch dieser eine Kampf übrig, dann haben wir das Abenteuer hinter uns, um ganz ehrlich zu sein. Das Abenteuer hat jetzt knapp eine Stunde gedauert, eine Stunde fünf Minuten. Jetzt bis wir das fertig gemacht haben, die fertig gekillt, dauert es noch zehn Minuten vielleicht. Aber ich denke mir so, hey, what the fuck? Oh, wasser! Oh! 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 Oh nein... Vampira aktiviert haben wir nicht. Ohja. What the fuck! Oh, er muss bis dahin wieder zurücklaufen. Das ist krass dämlich, krass eklig, ok. Hey, ich bin eine Frau, ich mag das nicht Hallo, betatschen sie mich nicht Eine Armlänge, Abstand halten Krass, eklig, Bruder Komme, zeig mir, was du drauf hast Ich kann die Scheiße auch nicht abbauen Yo, geiler Sack, er standst du nicht vorher hier Was? Wie soll ich das ohne Begleiter schaffen? Ha voll die krasse Idee, Bruder Brauche ich einen Scheiß? Ich kann nicht Okay, das kann ich nicht Okay, nehmen wir Felsflossen mit Dann statt das Machen wir das Nehmen das mit, das mit So, das geht zurück Schätzelein Ja, noch zwei Felsflossen mit War klar, dass ich keine Vertrauten benutzen kann Ist eigentlich in fast jedem Scheißabenteuer so Den Kampf fortsetzen, was denkst du denn, ey? Komm Boah, weißt du was? Körger Scheiß Körger Scheißabenteuer so zeig mal was du jetzt drauf hast du stück scheiße das ist böse verkackt mein bruder das ist richtig böse verkackt du bist alleine du hast keine chance gegen mich krümse macht sich bereit, sich auf dich zu stürzen. What the fuck? Ich bin schon wieder tot. Ich bin meine Gegenstände wieder. Das Abenteuer kostet mir gar nicht so viel Geld. Heilige Scheiße, ey. Ist das schlimmer als dieser fucking Lindwürmer Mammutkopf fickende Reißer, Dämonen und Kamelkrieger, Ritter, ey. Oh Gott. Oh shit, jetzt habe ich was zugemacht. Oh nee, doch. Ja, ich schreibe jetzt nix, ey. Fuck. Bin schon aggressiv genug. Jesus Christ. Kannst du viel essen, wie du willst? Reicht nicht. Das heißt, Krims macht sich bereit, sich auf dich zu stürzen. So soll ich einfach wegrennen oder was? Ja, Gebet bringt er anscheinend wenig, ne? Ich habe es zwar geschafft, sie zu trennen, aber... Bringt nix, wenn da einer mich one-shotten kann und da ein Traum. Hätte ich gerne beide auseinandergenommen. Aber ich glaube... Warte mal, die haben 60 KHP. Die werden mit Stufe 101, glaube ich, ausgerechnet. Aber die 60 KHP, ich glaube, die sind auf EOG-Niveau. Das heißt, das wird nicht so leicht. Aber je öfter ich sterbe, desto mehr Ladung verliere ich an meinen Gegenständen. Ah, sieh mal. Wurde es mal an. 240 EP. What, what? Oh, ich brauche dringend. Entweder brauche ich die Chaos-Armbrust aus dem Schatzjäger für meine Offhand oder was auch noch anders wäre. Ich muss mir eine neue SHA holen. Dummerweise, weil ich das noch nicht wusste, habe ich meine Chaos-Armbrust verbessert. Da wusste ich noch nicht, dass ich die Gegenstände zerlegen muss. Ich dachte, die verbesserst du und wenn du mit denen kämpfst, kriegst du gleich die Erfinden-EP-Gutgeschrieben. War halt aber nicht so. Und das wurde mir dann genau so fünf Minuten später gesagt, dass man die Waffe zerlegen muss. Und ich dachte mir so, okay. Kein Interesse. Und ich dachte mir so, okay. Der explodiert jetzt, ne? Wow, der macht mir trotzdem Schaden, ey. Wow, der macht mir so, okay. So, Moment. Haha, du kleiner Wichser, ey. Haha, habt ihr das gesehen? Hm, tschüss. Ja. Yes. Fuck you. Jetzt fick ich dich da hinten. Komm her. Du hast doch keine Ahnung, Alter, mit wem du dich anlegst. Oh, ich brauch' dringend Hingabe. Ich bin erinnern, was ich kriege, gell. Ja. Verreck einfach. Verreck einfach. Yes. Wuhu. Hm, schnülle Chaos-Zirgel hier, kalt. Boah, die sind noch was stark, ne?